es ist manche müßlichen und willkommen zurück zu super mario bros genau das letzte part haben wir es geschafft uns bisher vorzukämpfen jetzt kommt das erste mal dieses arschloch lakito ist schlimm und wenn du wir doch immer schlimm bleiben aber alles klar ja gut das soll ich jetzt auch tun theoretiker wir lucky tour seine wolke klauen im kleinen sie wir müssen dazu kommen ich versuche es einfach durchzurennen wir schaffen es gewinnt war sie ja da kito geschlagen super mann dass er wirklich so schnell wieder unter wasser oder höhlen level jetzt hier hülle selbst gesetzt nachdem wir brauchen ja ich habe schwarz dieses spiel nur es ist halt nicht angenehm einfach ist halt böse aber ich habe nicht erwartet wenn ich bin deswegen geht das klar wo ist der pilz alles klar können wir oben lang schieten so mehr oder weniger das machen wir natürlich nicht weil und das level ja so schaffen wie es sein soll ich über welche wege läuft ja auch ganz gut das ist sehr gut abwarten ich könnte ich könnte auch so springen aber sicherheit machen wir es so holen holly schütte knapp aber auch geschafft da da welt 4 level 2 müssen lassen falls dieser partner wieder doch schnell zu schnell vorbeigeht weil wir gerade guten lauf haben werde ich vielleicht zwei fünf euro dran hängen der state gesetzt alle witziger bis das nie das ist schon mal ganz gut alles klar hey das war ja auch extrem easy das level junge und sehr kurz der controller quietscht ein bisschen das tut mir leid ich hoffe man hört das nicht sich gesetzt und los geht's okay also habt ihr erst gesehen die move hat er nicht gemacht hat bowser nicht gemacht gerade also direkt damit nochmal ach scheiße ich muss den richtigen weg nehmen dann gehe ich jetzt diesmal oben da weil mitte habe ich zweimal angegangen war falsch auch nicht unten oder was alles mal das war ja mal sehr sehr knapp hier sind wir bei bowser noch mehr okay easy easy gewonnen vier zu 4 4 4 4 4 geschafft mario princess ist in der kasse das erzählt er mir jedes mal und ich bin jedes mal in der kasse es hat gesetzt ich gucke mal ganz kurz nach wie lange der part geht also wenn wir das ding hier besiegt haben den cooper wenn man den richtigen knopf drücken würde so kurz neben siegen bumm bumm ich gucke mal ganz kurz nach wie lange der part jetzt schon geht bis gleich ja aber hallo meine lieben freunde ähm der part ist hier jetzt doch zu ende denn ja das video ist sehr sehr kurz aber hätte ich jetzt die fünfte welt noch hinten dran geschnitten bitte noch hinten dran gemacht so wie ich es aufgenommen habe wären wir jetzt bei 22 minuten video an sich kein problem aber ich habe ja diesen abo rhythmus 2 1 1 2 und das würde dann am ende nicht aufgehen gut das heißt ich werde den part jetzt hier schon und dann kommt halt übermorgen nächste part von super mario bros danke euch trotzdem viel fürs zusehen ein abo wäre echt nett wenn ihr das video bewertet gut bewertet oder kommentar schreibt und dann sehen wir uns wieder bis dann und tschau